Vom Architekten des Auftraggebers erhält der Meister sämtliche Grundrisse in digitaler Form als CAD-Datei. Auf Basis dieser Grundrisse kann er nun die erforderlichen Installationspläne direkt am PC erstellen. Alle benötigten Busgeräte wie Aktoren, Sensoren und Systemkomponenten werden erfasst. So wird zum Beispiel beim KNX-Bus, früher auch Alpbus genannt, eine Geräteliste erstellt. Wichtig ist auch, dass alle zu realisierenden Funktionen eindeutig beschrieben werden. Hierzu wird beim KNX-Bus die sogenannte Funktionsliste ausgefüllt. Buskomponenten werden überwiegend just in time, telefonisch oder über das Internet bestellt. Die Komponenten sind teuer in der Anschaffung, weshalb eine Lagerhaltung vermieden wird. Die genaue Personal- und Zeitplanung führt der Meister ebenfalls am PC durch. Nach Fertigstellung aller Unterlagen wird der Geselle vom Meister informiert. Bevor der Geselle mit der Arbeit anfangen kann, weist sein Meister ihn in die erstellten Unterlagen ein. Diese enthalten unter anderem wichtige Dokumente wie die Handbücher zu den Busgeräten. Gut informiert kann der Geselle nun mit der Durchführung des Projekts beginnen. Gut informiert sind die